So findet ihr uns, das hier ist die Adlerstraße, hier die Metzgerei Kupfer und hier der Eingang, entweder durchs Tor oder durch die Tür. So, hier ist es ein Schiff, das hier ist ein Schiff, das hier ist ein Schiff. Und hier Gebäude C, entweder hier durch den Aufzug zweiter Stock oder hier über den Treppenzugang zweiter Stock. Wir sehen uns. Ciao, ciao.